Herzlich Willkommen zu meinem Silvester-Special 2017 und dieses Mal ist es ein eher schlichtes Video. Ich hatte das ja vor zwei Jahren mal mit dem Greenscreen oder Licht im Keller. Habe ich ja auch keinen Bock, den hochzuholen. Und ja, diesmal habe ich mir halt ein Q&A überlegt und dazu habe ich halt gestern aufgerufen, mir Fragen zu stellen und da kam eine ganze Menge Fragen, das hat mich echt überrascht. Und da versuche ich jetzt, so viele wie möglich zu beantworten. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an vom Friedrich. Gibt's Katzen? Ja, also im Video gibt's Katzen. Hier, das habe ich von der letzten Gamescom gekauft. Meine Neko. Ja, mein richtig cooles Katzenkuscheltier. Und natürlich auch meinen Kater, den ihr hier irgendwo sehen werdet. Da mache ich ja immer wieder Videos. Könnt ihr auch auf Instagram manchmal sehen oder auf Facebook. Aber wobei eher WhatsApp-Status. Ja. Und die nächste Frage vom Christoph. Kann der diskrete Logarithmus in Polynomialzeit berechnet werden? Also erstmal eine Polynomialfunktion oder so, irgendwie hieß das. Keine Ahnung, was es ist und rechnen kann ich auch nicht. Aber ich glaube nicht. Wobei ich, ja, also ich habe da keine Ahnung von. Vielleicht kann man da mal einen Mathe-Experten fragen. Ich weiß es nicht. Und dann die Frage vom Bernd. Aktiv oder passiv? Und da dachte ich mir so, boah, ja, dass diese Frage von einem PR-Manager kommt, ist klar. Also ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit wieder aktiv. Als YouTuber sowohl als auch als Gamer. Obwohl ich in der letzten Zeit auf YouTube sehr, sehr passiv war. Wirklich sehr. Schaut mal, wie viele Videos ich in diesem Jahr gemacht habe. Das ist sehr überschaubar. Da habe ich in den letzten Jahren viel, viel mehr gemacht. Aber in diesem Jahr war auch sehr, sehr, sehr viel los. Ja. Aber in letzter Zeit bin ich wieder aktiv mit der Nintendo Switch. Da habe ich ja schon so eine Weihnachtsmashel gemacht, ein paar Spiele. Und da möchte ich euch noch mehr Spiele zeigen. Bastian fragt, welche fünf Dinge mir im Jahr 2018 vollkommen egal sind. Also vollkommen egal. Hm, also das, ähm, ja, vollkommen egal. Ist mir nichts. Kannst du mal das Spiel League of Legends ausprobieren? Ich habe es schon ausprobiert. Ähm, ich bin eher nicht so der Fan von. Sorry. Hm, nicht so mein Spiel. Ich spiele eher auf dem Mobile Arena of Valor. Kennt ihr das? Das ist so ähnlich wie LOL, sogar von denselben Entwicklern. Zum Beispiel, naja, Publisher Tencent Games. Die haben ja Riot gekauft damals. Also ist das ja jetzt derselbe. Und ich finde Arena of Valor viel besser. Und auf dem Mobile finde ich das auch viel schöner. Ähm, also vielleicht kennt ihr das ja. Und das spiele ich halt. Und fragt. Die, äh, gerne Flüssigseife hätten. Und die nicht so einen Klumpen haben möchten. Und, äh, dann den erstmal, äh, abrubbeln, äh, müssen. Also, ja, Flüssigseife ist ganz praktisch. Sebastian fragt, welche Menschen ich im Jahr 2018 unbedingt kennenlernen möchte. Oh, ich hatte da ja echt schon, äh, viele Ziele. Ich hatte ja zum Beispiel Judith Williams aus die Hülle der Löwen. Wollte ich unbedingt kennenlernen. Hab ich dann auch gemacht. Bin ich extra auf so eine Messe in Köln gefahren, um die kennenzulernen. War ganz cool. Und ein paar YouTuber wollte ich auch kennenlernen. Hab ich's auch gemacht. Nur Gronkh hab ich immer noch nicht kennengelernt. Der flüchtet so. Und, aber, ich hab schon alle anderen kennengelernt. Pete Smith, Sarah Zah, Debitor, die Lochis, Mike Singer. Irgendwie ganz viele andere. Nur den Gronkh nicht. Gronkh, dich krieg ich auch noch. Ähm, ansonsten, wen gibt's denn da noch? Puh. Ähm, ich hab eigentlich schon sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Gezielt. Ich würd gern mal Bill Gates kennenlernen, aber, ja, das passiert wohl auch nicht. Dann die Frage, was war dein Moment im Jahr 2017? Gibt's denn meinen Moment? Es gibt viele Momente im Jahr 2017. Also, ähm, glücklich war ich natürlich darüber, dass ich mein Abi geschafft hab. Und, äh, dann danach, boah, ich brauch den Scheiß nicht mehr, war ich froh. Ähm, und dass ich halt, äh, angefangen hab zu arbeiten. Naja, ähm, in einem Jahr hatte ich jetzt vier unterschiedliche Arbeitgeber. Das war auch ganz spannend. Ja, und, äh, ja, ich fand's lustig. Was machst du mit deiner Katze? Also, wenn ich jetzt nochmal diese Katze hier hervornehme. Ich streiche die. Und, ja, ich streiche die. Kuschel mit, ich streiche die, kuschel mit ihr, ähm, ärgere ihn auch. Ich ärgere meinen Kater immer, er echt sehr gerne. Ich kitzle ihn immer ganz gerne. Und spiele auch immer ganz gern mit ihm. Ja, eigentlich, äh, mach ich so alles mit ihm. Äh, ist ganz lustig. Ähm, oder ich störe ihn immer ganz gerne beim Schlafen. Ich find das immer, und dann mach ich immer so ein Foto. Dann hat er immer so einen schönen Blick drauf. Und noch eine Frage. Welche sechs Dinge sind dir wichtig und nimmst du dir 2018 vor? Ähm, ja, 2018. Erstmal eins, äh, das mit dem Studium. Dass ich da, ähm, wieder weiter, äh, gute Leistungen erbringe. Und, äh, und mein Bestes gebe. Dann noch auf meine Arbeit. Dass ich da, ähm, auch gute Leistungen, äh, habe. Und dementsprechend neue Kontakte knüpfen kann. Und was cool ist, wäre halt auch, dass ich irgendwie ein bisschen rumkomme. Ähm, ich lerne ja auch Japanisch. Und dass ich da, äh, besser werde. So, das waren jetzt drei, ähm, was nehm ich mir noch vor? Ähm, ja, dass ich, ah genau, 2018 geht's natürlich wieder auf die Gamescom, natürlich. Ähm, und 2018 geht's auch wieder auf endliche Japan, äh, Anime, Conventions, Messen. Ähm, Japan-Tag, Dokomi, ähm, Shizuru. Um nur mal einige zu nennen, wo ich, äh, sicherlich hingehen werde. Ähm, waren das jetzt schon vier oder fünf? Ich weiß es nicht. Ähm, dann, ähm, 2018, ähm, 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 das werde ich noch machen. Ähm, ist mir wichtig, dass ich gesund bleibe. Gesundheit ist ja immer ganz wichtig. Ähm, und, ja, dass ich viel unternehme immer wieder, dass ich viel unterwegs bin. Auf Instagram könnt ihr ja immer sehen, was ich so mache, was ich so poste. Seht ihr ja immer ganz viele Fotos. Ähm, ja. Ähm, Instagram kann ich unten auch mal verlinken, aber da heiße ich genauso wie auf YouTube. Warum gibt es denn keine selbstgezeichneten Pokémon von mir? Also die Frage ist ganz einfach, weil ich, ähm, bislang einfach zu faul war und die eigentlich erst mal nur ausmalen wollte. Und, äh, also mit, äh, ich mach das mit Fresh Paint, das ist ganz cool, mit, ähm, hier mit so einem Convertible Laptop, wo es so ein Touchscreen ist. Ganz schön mit dem, ähm, Stift drauf malen, das, das find ich cool. Ähm, und selbstgezeichnet, oh, hatte ich jetzt mir noch nichts angeguckt, wie ich das machen kann. Ich gucke ja momentan Fairytale und, ähm, da hab ich so eine App und da werde ich momentan wahrscheinlich was zeichnen. Ähm, also, ja, das sah da schon ganz gut aus und, äh, ich probiere mich da demnächst auch mal dran, ne? Gibt es von dir ein Video im Netz, das dir so richtig peinlich ist? Also, wenn ich jetzt mal so, ähm, auf meine YouTube-Videos schaue, sind mir meine ersten Videos, die ich, äh, ganz am Anfang auf meinem Kanal hochgeladen habe, sehr, sehr peinlich. Weil, was hatte ich denn da für eine Stimme und wie war dann da die Audioqualität und so, boah, das, äh, ist mir schon ein bisschen peinlich. Obwohl eins davon schon fast 100.000 Aufrufe hat. Ähm, warte ich, schau mal. Erster hat 72.000 Aufrufe. Ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, dass, äh, mit, oh, mein Lifehacking mit Tobias Schrödel und was sich gefilmt hat, er hat auch 16.000 Aufrufe und April-Share, boah, wusste ich gar nicht, dass die alle so viele Aufrufe kriegen, aber krass, dass sich das Leute angucken. Ähm, auch das mit der Grafikkarte, was ich damals gemacht habe, ich habe das eigentlich nur so aus Spaß gemacht und das hat jetzt irgendwie 26.000 Aufrufe. Ähm, auch cool, wenn ich Leuten damit helfen konnte. Ja, so, das waren jetzt die Facebook-Fragen. So, Instagram und WhatsApp kommen jetzt. So, Jonas fragt, ähm, was für Sachen ich so zünde? Ähm, ja, also das ist immer ganz unterschiedlich. In diesem Jahr werden es tatsächlich nur, äh, Wunderkerzen sein, weil ich in diesem Jahr, weiß ich nicht, da hatte ich jetzt irgendwie nicht so die Lust dazu, großartig was zu machen. Ähm, ansonsten bin ich immer so der Fan von, von diesem Kinder-Boden-Feuerwerk. Ich finde das immer cool. Also, ähm, ich bin immer so der Fan von diesen Kreiseln, ähm, oder von irgendwas, was so coole Lichter hat auf dem Boden. Weil ich finde das irgendwie schöner, als wenn ich jetzt einen Böller kaufe, dann schmeiße ich den da hin, dann gibt's den Knall. Na toll, was habe ich denn davon? Nichts. Und Raketen? Ja, das machen ja die anderen Leute. Da muss ich ja kein Geld ausgeben. Das kann ich mir ja so angucken. Also, von daher bin ich, äh, da eher sparsam. Ähm, wobei ich auch eher mehr mache, wenn wir dann mal irgendwie an Silvester woanders sind, bei Verwandten oder so. Weil bei uns auch an der Straße, äh, wir haben nur so einen kleinen Platz hier. Näh. Äh, dafür die mich so eingeengt, das finde ich nicht so toll. Und deswegen, die ist ja eher weniger, eher nur Wunderkerzen. Aber, ja, wobei, die Frage geht ja ums Zünden. Ich fand damals immer Knallerbsen mal richtig cool, weil, weil, und ich schmeiße so da hin und dann knallen die. Fand ich dann irgendwie auch persönlich besser als Böller. Der Simon, ähm, hat auch noch ein paar Fragen. Und zwar, die erste Frage, mich würde deine Meinung zur aktuellen Bundesregierung interessieren. Ähm, ja, momentan haben wir noch keine Regierung. Ähm, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und, ähm, ja, politisch, naja, ich hoffe, es wird nur keine Minderheitsregierung. Dann, das wäre irgendwie komisch. Ähm, ansonsten, ja, finde ich die Lage momentan ein bisschen angespannt. Aber schau, was wir daraus machen. Zweite Frage, wie war 2017 allgemein für dich? Und was soll sich in 2018 verändern? Was soll gleich bleiben? 2017 war für mich ein echt cooles Jahr. Weil ich ja, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, vier Arbeitgeber hatte, vier Jobs hatte, ähm, und verschiedene Sachen machen konnte. Das war ganz cool. Dann war ich ja Community Manager und hab mit, äh, ja, hab so die Community, was ich ja immer mache, mit denen geschrieben und so. Dann war ich QA-Tester, hab Spiele getestet, was ich ja auch eh die ganze Zeit mache. Und jetzt bin ich ja im Influencer-Marketing, wo ich ja auch eh alles immer mache. Und, und nebenbei mache ich momentan auch Social Media für Spreadshirt, für die Spreadshirt-Gaming-Seite, wo ich ja auch mit Gaming-Content auch schon eh alles weiß. Ähm, und, ähm, ja, 2017 war cool. Ich hab mein Abi geschafft, da freu ich mich drauf. Endlich hast du den Scheiß hinter, dir, und ich sag's euch, Leute, das, was du da machst, analysieren und so einen Scheiß, brauch ich im Studium gar nicht. Ich hab mir so gedacht, was mach ich denn in meiner, in meinen Klausuren im Studium? Muss ich da, da irgendwas analysieren? Oder so, nö, gar nicht. Du lernst auswendig, und dann musst du Begriffe erklären, oder irgendwie, ja, so Dinge erklären halt, oder, oder aufzählen. Ähm, ja, so eine Klausur im Studium ist dann doch einfacher als in der Schule, weil du dann, weil das nicht textabhängig ist, oder so, dann wird abgefragt, du musst gucken, ob du die Inhalte kannst, und das ist jetzt nicht wie im deutschen Gericht, aber du hast einen Text von XY, und wenn du ihn verstehst, bist du toll, wenn ich dann nicht, ne? das war, finde ich, kein logischer Ansatz immer, das war, finde ich, immer so, ja, Text war toll, Text war doof, äh, doof, ja, hast du nichts von, jetzt habe ich endlich mal was, wo ich so denke, ja, das kann ich, und, äh, das sind auch so Ziele, die man erreichen kann, und nicht, ja, ob ich den Text, äh, jetzt verstehe, oder ob ich das richtig deute, das weiß ich nicht, ne? Das, das liegt in meinem Auge, das Betrachters, finde ich. und, äh, ja, ansonsten habe ich ja mit meinem Du an Studium angefangen, das fand ich toll, und Spike Media, auch super, da habe ich ja eine super tolle Bootsparty gehabt, Demexco, Messen, Events, finde ich auch ganz oft überall jetzt, ähm, das, das freut mich, das macht Spaß, ähm, da müsst ihr auch mal ein bisschen ein paar mehr Vlogs machen, ne? Aber ich, weiß ich nicht, ich denke mir so, Demexco, hm, was, was interessiert euch das, eine Marketingmesse, interessiert euch doch nicht, ne? Ähm, 2018, äh, was soll sich verändern? Hm, eigentlich gar nichts, soll so bleiben, wie es soll, ähm, ja, und dann passt das schon. Steht ein Dritter Weltkrieg bevor? Hm, ja, schwierige Frage, ja, also, hm, Dritter Weltkrieg, ja, nee, also ich glaube eher, nee, die, die werden schon vernünftig sein und sagen, nee, nee, das machen wir nicht, weil das wäre, das wäre irre und das wäre auch doof, weil wenn die Korea wegbomben, ne, dann ist das auch nicht so toll und, nee, äh, weil Südkorea ist doch ganz interessant, deswegen, und Japan ist ja auch daneben, ne? Dieselfahrverbot, oh, das, äh, das war lustig, ich hatte, äh, eine Professorin meiner Hochschule letztens erklärt, wo man mal mit dem Diesel, äh, fährt und, äh, wenn sie mit ihrem Diesel fährt und, äh, unsere Luft verpestet und wir dann krank werden, ja, dann muss sie ja nicht damit, dafür aufkommen, ne, und somit ist das ja Schädigung der Leute, ähm, aber, weiß ich nicht, also ist mir eigentlich egal, also, ich würde in Zukunft auch keinen Diesel fahren oder kaufen, weil das ist ein bisschen zugespitzt, ähm, ja, aber man sollte das schon begrenzen, weil, ja, wenn es halt schlecht für die Menschen ist, ist ja nicht so toll, ne? So, eine YouTube-Frage ist, was hältst du von der aktuellen YouTube-Deutschland-Szene, ähm, die positiven als auch negativen Aspekte? Also, ich finde es ein bisschen doof, dass ich die, ähm, YouTube-Deutschland-Szene eher so auf, eigentlich nur auf Produktplacement weiterentwickelt, also, na gut, ich arbeite da, aber trotzdem ist es ein bisschen schade, dass du eigentlich nur laufende Werbegesichter hast, ähm, die eigentlich, ja, dir nur Sachen verkaufen, weil die dafür 20.000 Euro oder so für so ein Video bekommen, ähm, ja, hätte ich auch gerne, aber, ähm, gut, ähm, das finde ich ein bisschen schade, ähm, positiv finde ich aber, dass Gronkh zum Beispiel immer seiner Linie treu bleibt und nur das macht, was er macht, äh, was er mag, und dass er auch immer Horror-Let's Plays macht, ähm, und dass er auch kleinen Entwicklern unter die Arme greift, das kenne ich ja von ihm, dass er die auch unterstützt und die auch nicht so abzockt, wie manch andere YouTuber, ähm, da gibt's ein paar, ähm, die wirklich, ja, echt abzocken, ähm, und ich finde es ein bisschen doof, dass die YouTuber auch, ihr größter, die sind, arroganter werden, ich hatte auch schon ein paar größere getroffen, ich nenne jetzt keine Namen, aber, boah, wenn sie groß sind, dann sind sie schon richtig arrogant und, nee, ich finde es ein bisschen doof, also, man sollte doch eher auf dem Boden bleiben, da kenne ich auch ein paar Leute von, wie zum Beispiel der Gronkh, der, äh, ist super, ähm, oder die Fräulein Chaos, auch super, ähm, Debitor, ähm, ja, also das finde ich eher halt cool, wenn man so ist, so, und dann haben wir jetzt, äh, irgendwie zweimal dieselbe Frage fasst, äh, äh, hier, magst du Böllern, Raketen oder solche kleinen Sachen wie Knallerbsen lieber, habe ich ja vorhin schon gesagt, eher Knallerbsen und, äh, kleinere Sachen, ähm, sind auch, äh, günstiger, ähm, und dann noch, äh, Silvesterböllern oder nicht, äh, ja, ähm, habe ich ja vorhin auch schon beantwortet, magst du Feuerwerk, zünde es selbst gerne an, wie gesagt, nur kleine Sachen, äh, alle eingehalten, ja, das habe ich, das habe ich wirklich, ein Vorsatz war, dass ich mein Abi schaffe, ein Vorsatz war, dass ich mein duales Studium kriege, äh, habe ich auch, ein Vorsatz war, dass ich, ähm, in der Zeit zwischen Abi und, äh, äh, Studium irgendwie noch einen coolen Job habe, wo ich irgendwie was Tolles lernen kann, habe ich auch gemacht, ähm, und, ähm, was habe ich noch gemacht, ja, eigentlich habe ich so alles gemacht, was ich machen wollte, alle Messen besucht, die ich wollte, ähm, ich bin glücklich. Was ist dir so im letzten Jahr passiert, 2017, so eine kleine Zusammenfassung, so, fangen wir mal an, ich kann mich eigentlich gar nicht, äh, richtig an Frühjahr erinnern, was habe ich denn da so gemacht, so, und zwar, wie ich das jetzt rausgefunden habe, ich bin einfach auf meinem Instagram ein bisschen runtergescrollt, dann fällt mir wieder ein, was ich so gemacht habe, und zum einen habe ich, wieder ein paar Mal bei Ubisoft Spiele getestet, ähm, war ganz cool, hat mir Spaß gemacht, und die Leute da sind auch immer nett, könnt ihr auch machen, wenn ihr, ich glaube, ab 16 ist das, glaube ich, ähm, dann war ich dieses Jahr bei der Alpha Pussy Show von Karolin Gebekus, war auch mega cool in Oberhausen, ähm, das habe ich dann noch gemacht, dann war ich, auf der Reisemesse in Essen, ja, aber auch ganz nett, ähm, dann, äh, na gut, habe ich, äh, im Abi ein bisschen gelernt, und, äh, Hohe Weiß und Sibodon gespielt, ähm, dann, was habe ich dann gemacht, dann war ich in, in Roermond, habe mir noch ein bisschen geshoppt, da war jetzt zweimal in diesem Jahr, war auch ein bisschen teuer, das zweimal zu machen, dann gab es in Gladbeck diese, äh, Foodmeile, ähm, Street Food Festival in Gladbeck, war ganz cool, ähm, und dann war die Abi-Motto-Woche, ja, das war ganz lustig, wo ich mich ja als, äh, als Pirat verkleidet habe, dann als, äh, rosa-roter Panther, dann als, äh, als Assassine von Assassin's Creed, äh, und dann als Nutte. Und da habe ich mir so, boah, also, ich bin froh, dass ich kein Mädchen bin, äh, nach diesem Tag als, äh, Nutte, beziehungsweise Mädchen, hat es mir auch gereicht, ähm, ja, und was habe ich dann gemacht? Ich muss immer mal, genau, ich habe meinen Führerschein gemacht, äh, den habe ich auch bestanden, äh, beim ersten Mal, das war super, so, was habe ich dann gemacht? Ich habe eine 100k-Leitung bekommen, war super, dann war ich auf dem Japan-Tag, habe viele Leute kennengelernt, äh, dann war ich bei den German Death Days, oh, dann war ich schon wieder bei Ubisoft, da war ich auf der Warplay-Convention, Warplay-Convention war super geil, ähm, ist ja jedes Jahr immer cool, dann war ich auf der Dokomie, wo ich übrigens den Jonas kennengelernt habe, ähm, und, äh, dann, ja, war ich halt als Spieletester, äh, bei Digamore und habe halt, äh, Football Empire, das Spiel, kann ich auch hier, äh, ist ja auch im Video dann, äh, Football Empire, sehr cooles Spiel, ähm, was ihr euch dann auch mal angucken könnt, dann habe ich mir die Mumie im Kino angeguckt, war auch cool, dann war ich, äh, habe ich ein bisschen, äh, was gezeichnet, habe ich mal einen neuen Laptop gekauft, ähm, ja, was habe ich dann gemacht, da habe ich Digimon Tree mit Jonas im Kino geguckt, ähm, war super geil, ähm, was habe ich dann gemacht, dann war ich auf der Gamescom, und auch auf der Devcom, und, ähm, ja, da habe ich echt viele Fotos gemacht, ähm, MMM, so, okay, dann war ich ein bisschen am Ballnersee, ein bisschen draußen, habe mir die SNES Mini gekauft, und heute übrigens wieder verkauft, weil, weiß ich nicht, ja, habe ich irgendwie nicht so von den Nutzen gehabt, ähm, was habe ich dann gemacht, dann war ich noch auf der Shizuru, habe angefangen, Japanisch zu lernen, ähm, war auf dem Deutschen Entwicklerpreis, ähm, der war auch super, übrigens, danke an die Leute von Ubisoft, äh, beim Deutschen Entwicklerpreis, war echt super, euch mal kennengelernt zu haben, ähm, dann habe ich Ozu angefangen zu spielen, äh, dann noch Weihnachtsgeschenke ein bisschen, und dann habe ich mein Weihnachtsgeschenk bekommen auch, ähm, ja, und das war so das Jahr 2017, so ganz kurz mal erklärt, äh, und, äh, durch meine Instagram-Story abgelesen, ähm, ja, ein Ziel für 2018, welche Jahresvorsätze hast du dir gemacht? Habe ich, glaube ich, vorhin schon erklärt, ähm, eigentlich nur mit dem Studium, ähm, ja, eigentlich nur mit dem Studium, ähm, aber ansonsten, keine Ahnung, also, ansonsten, weiß ich, noch nicht, ja, ansonsten ein bisschen Reisen und so, habe ich vorhin schon erklärt. Kannst du meinen Kommentar durch eine Paralleldimension fliegen lassen? Ähm, weiß ich nicht, ob ich das kann, ähm, ne, kann ich, glaube ich, nicht, äh, sorry, ähm, 3D oder so, weiß ich nicht, wobei, ähm, ja, hast du deine, äh, hast du deine Ziele für 2017 durchgesetzt, oder werden sie auch nächstes Jahr deine Ziele bleiben? Nö, ich habe sie durchgesetzt, Abi, duales Studium, Job, ja, ja, ich habe es geschafft. Ja, und, ähm, so, und dann wollte ich hier der, äh, der Ben Watchers Video beenden, so, Kommentar hast du hier, und, boah, ist das Video lang geworden. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für eure zahlreichen Fragen, die ihr gestellt habt, und ich hoffe, ich habe sie euch auch alle gut beantwortet, und dann sehen wir uns, da wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2018, und wir sehen uns natürlich im Jahr 2018 mit neuen Videos wieder, schaut mal ab und zu mal vorbei, und dann seht ihr vielleicht auch das eine oder andere Video auf meinem Kanal, oder auch auf meinem Instagram oder Snapchat, äh, Snapchat-Account, könnt ihr auch mal schauen, da poste ich, äh, mehr als auf YouTube. Also, bis dann und ciao!